Herzlich willkommen zur Vorstellung des neuen Hellerbausatzes Renault Estafette Gendarmerie im Maßstab 1 zu 24. Hierbei handelt es sich um eine Formneuheit. Der Bausatz des Renault Estafette Gendarmerie im Maßstab 1 zu 24 enthält 162 Teile, hat die Maße 160 x 74 mm und es ist ein 2 in 1 Kipp. Das heißt, es kann das Baujahr 1964 oder 1973 gebaut werden. Hier das gemalte Deckelbild zum Ausschneiden. Auf dieser Seite sieht man die Profile des Fahrzeugs sowie die Maße des Modells und die Besonderheiten des Bausatzes. Das Baujahr 1964 oder 1973 baubar ist, die Türen offen oder geschlossen dargestellt werden können, sowie die Heckklappe und es eine Motornachbildung gibt. Auf der Rückseite stehen die Informationen zum Original, die technischen Daten sowie die Farben, die benötigt werden. Hier sieht man die Deckels und ein Beispiel des gebauten Modells. Neu ist auch der Hinweis zur Baujahr der Form. Jetzt schauen wir einmal in den Karton hinein. Wie man sieht, ein gut gefüllter Karton. Hier die Bauanleitung, die Deckels, die Reifen, der Spritzling mit dem Chassis, dem Motor, Fahrwerksteilen und Felgen. Das Dach, die Rücksitzbänke und Teile der 1964er-Version. Bei diesem Spritzling sind die Vordersitze, das Chassis und Karosserie-Teile enthalten. Hier der Spritzling mit den Klarteilen, wie immer bei Heller eingeschweißt in Folie zum Schutz. Und der Spritzling mit den Teilen der 1973er-Variante. Dann schauen wir uns die Spritzlinge einmal genauer an. Durch die neue Herstellungsart der Reifen befinden sich keine Angüsse an dem Profil. Hier der Spritzling mit dem Dach. Hier der Spritzling mit den Rücksitzbänken, dem Armaturenbrett, sowie dem feinmaschigen Kühlergrill der 1964er-Version. Hier der Spritzling mit den Chassis-Teilen, den Karosserie-Teilen, sowie Fahrwerk- und Sitzen. Hier der Spritzling mit den Felgen, Fahrwerksteilen, dem Motor und dem Rahmen. Hier der Spritzling mit den Teilen für die 1973er-Version. Hier der Spritzling mit den Klarteilen, sowie den Seitenteilen des Fensterbus. Hier die Decals, hier die Bauanleitung, mit der Geschichte und den technischen Daten zum Original, den benötigten Farben, sowie kolorierten Bauschritten. Maskierschablonen für die Fenster sind zum Ausschneiden in der Bauanleitung enthalten. Dieser Bausatz ist nun bei Ihren Fachhändlern erhältlich und wir wünschen viel Spaß beim Bauen.